Hey Leute, willkommen zu diesem kurzen Infovideo. Und zwar möchte ich euch an der Stelle darüber informieren, dass ich jetzt ganz neu einen Discord-Server für meinen YouTube-Kanal habe. Ja, viele von euch haben sich in letzter Zeit gewünscht, dass ich doch mal einen Discord-Server für meinen Kanal erstelle. Und das habe ich jetzt in den letzten Tagen zusammen mit der Unterstützung von Charlie Hotel realisiert. Und da an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an dich, Charlie Hotel, für die Klasseunterstützung hier bei der Erstellung von dem Discord-Server. Und jetzt würde es mich sehr freuen, wenn ihr dem Discord-Server beitretet. Einen Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr euch schön hier mit dem anderen Teil der Community austauschen und erfahrt auch regelmäßig Neuigkeiten zu meinem YouTube-Kanal. Die werde ich nämlich auch hier auf dem Discord-Server posten. Und wenn ihr dann hier auf dem Discord-Server beitretet, seht ihr erstmal nur diesen Willkommen- und Regeln-Channel. Und dann, genau, müsst ihr hier bei dem Regeln-Channel erstmal die Regeln durchlesen und dann hier die Regeln mit dem grünen Haken bestätigen. Und dann bekommt ihr vollen Zugriff auf den ganzen Discord-Server. Ja, und der Discord-Server ist ja noch komplett neu. Und wenn ihr da irgendwelche Wünsche, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge habt, wie wir den Server noch besser machen können, was wir dem Server noch hinzufügen sollen an Textkanälen, Sprachkanälen, oder was ihr an sonstigen Ideen noch habt für den Server, dann gerne ab damit in diesen Textkanal, in den Kanal Wünsche, Anregungen und Verbesserungsvorschläge. Und dann schauen wir, wie gut wir eure Vorschläge hier umsetzen können. Und damit war es an der Stelle auch schon von diesem Video hier. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Tretet also jetzt unbedingt dem Server bei und erweckt ihn sozusagen zum Leben. Dann hören wir uns bei einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, euer LineGamer1. Ciao. Ciao.